Das heißt wieder gute Kunde für Sie und Sie haben auch lange genug drauf gewartet, aber endlich ist es soweit. Unsere beliebtesten Wohnaccessoires und zwar in allen vier Farben sind wieder lieferbar und was die alles können, unsere Truhen, das wird Ihnen jetzt Anne-Kathrin erklären. Denn damit mache ich aus wenig Stauraum viel Stauraum. So sieht das zum Beispiel im Wohnzimmer aus. Überall liegt was rum, das kennen Sie dieses Chaos, Zeitungen, Kabel, Bücher oder Kopfkissen, Spielzeug von den Kindern. Und jetzt Achtung, wenn Besuch kommt, einmal hier über den Tisch wischen und schon packen Sie alles, was Sie so rumliegen haben, einfach in Ihre Sitztruhen hinein. Denn die bieten zusätzlich viel Stauraum, nämlich bis zu 80 Liter. Aber sie bieten mir auch die Möglichkeit, mich mal hinzusetzen. Zum Beispiel, wenn ein Besuch kommt, die sind belastbar bis zu 300 Kilogramm. Also die sind wirklich enorm und sehen auch noch schick aus. Also das ist auch wirklich ein stylishes Wohnaccess-Fahr, was nicht jeder hat. Ja, da hast du absolut recht. Belastbar, man kann drauf rumhüpfen und wenn Sie jetzt sagen, ja, da kann viel reden, dann stehe ich einfach mal drauf, weil die sind alle baugleich. Ob ich jetzt auf weich, schwarz, beige oder auf grau stehe, ist dabei ganz egal. Sie merken sich bitte die Bestellnummer der verschiedenen Farben, weil die werden wir jetzt nacheinander einblenden. Wichtig ist, die waren lange ausverkauft und 90 Prozent der jetzt gekommenen Lieferungen sind bereits vorgestellt. Das heißt, wir haben gerade noch 10 Prozent übrig und wer da jetzt berücksichtigt werden will, der muss sofort anrufen. Und als erstes sehen wir diesen Stoffbezug in diesem sehr, sehr modischen Grau. Und wenn das zu Ihrer Einrichtung passt, dann bitte jetzt gleich ans Telefon. Wie gesagt, am Ende werden wir nochmal alle Bestellnummern für die einzelnen Farben für Sie einblenden. Ich finde die auch ganz toll zum Beispiel für so Sachen, die rumliegen, wie Kopfkissen oder Decken, was man nicht immer nutzt. Die Gästebettwäsche, ja, gucken Sie mal, wie viel Platz hier noch ist. Da sind immer noch die Bücher, alles ist noch drin, was ich hier gerade reingeschmissen habe. Und da ist noch Luft nach oben, da passt noch so viel rein. Oder zum Beispiel auch mal so Wintersachen, Mäntel oder Sachen, die man eben nicht jeden Tag benutzt. Ja, die man auch mal gerne vor das Bett stellt oder vor das Sofa. Man hat alles griffbereit, aber es liegt eben nicht rum. Und das ist der große Vorteil. Ja, und jetzt eingeblendet unsere beliebteste Farbe, das ist dieser Kunstleder in Schwarz. Ja, und die passen, glaube ich, in die meisten Einrichtungen. Deshalb da besonders schnell sein, weil die wird auch als erstes wieder komplett ausverkauft sein. Aber die Daten, die du gerade genannt hast, die sind ja identisch. Es geht einfach nur um die Farbe, die sich hier geändert hat. Und das ist eben hier tiefes Schwarz. Ja, es passt eben auch schön zum Beispiel zu einem Wohnzimmersofa. Es sieht edel aus, es sieht schick aus. Durch diesen Chesterfield-Look, was ja momentan eh so beliebt ist. Und solche Chesterfield-Möbel sind normalerweise auch ultra teuer. Ja, und schauen Sie mal bitte auf unseren Preis. Das ist natürlich faszinierend. Aber nicht nur für Bücher, wie wir es hier zum Beispiel sehen, auch für Spielzeug, was dann überall rumliegt, was nicht schön aussieht. Ja, oder wenn man eben mal noch eine zusätzliche Sitzmöglichkeit will, wenn man Besuch hat. Man kann die so vielseitig einsetzen, auch gerne im Flur, wenn man da Schuhe verstauen will. So Hausschuhe oder so Flipflops, ja, oder Schals, Handschuhe, was man eben jetzt nicht mehr benutzt. Dann schmeißt man das einfach nur rein, muss auch nicht schön aussehen. Und schauen Sie mal, da ist noch so viel Platz da drin. Ja, ich könnte hier jetzt bis zu 80 Liter hineinpacken. Das ist natürlich genial. Und hier das schwarze Modell auch sehr, sehr beliebt. Es ist sehr robust, man kann es schön abwaschen. Ja, man kann es wirklich auch, man muss es nicht mit Samtpannschuhen anfassen. Und jetzt entscheiden Sie, welches die richtige Farbe für Sie ist. Jetzt ist es der graue Stoffbezug oder Schwarz oder Weiß oder Beige. Das sind die vier Farben, die zur Auswahl stehen. Und ich sage Ihnen jetzt nochmal alle vier Bestellnummern. Für den grauen Stoffbezug war die Bestellnummer die NX6238 und die 569. Für das schwarze hier vorne mit Kunstlederbezug war die Bestellnummer die NX6235 und die 569. Weiß hat die NX3236 und die 569. Und Beige, das hat die Bestellnummer, die NX6237 und die 569. Holen Sie sich tolle Möbel, tollen Stauraum, sehr belastbar. Und es sieht einfach immer aufgeräumt aus bei Ihnen zu Hause. Aber nochmal, Sie müssen schnell genug sein, weil in wenigen Tagen wird unser komplettes Kontingent wieder ausverkauft sein. Deshalb jetzt ran ans Telefon. Möbel. Möbel.